Ich wollte nur mal zeigen, ich habe sogar schon wieder sowas wie ein kleines Senderstudio. Und der Ton ist zwar noch nicht so perfekt, aber ich habe mir doch ein Mikrofon besorgt. Ich hoffe, dann wird es besser. Aber ich habe schon mal ein kleines Senderstudio. Ich kann mich hier bewegen im Bild, ja? Ich kann mich klein machen und mich groß machen. Du bist gleich, sonst wird im Video nichts verloren. Bitte gewöhnt hier an. So. Ja, ich habe ein kleines Senderstudio. Also könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich hier wieder ein oder andere Video fabrizieren könnt. Ja, aber wie gesagt, Spaß beiseite. Das mit dem Brummen, das regt mich hier auch. Und da kommt auf jeden Fall ein besseres Mikrofon her. So war das an dem nächsten. Das wisst ihr ja selber. Ihr seid ja Fachleute. Ha, 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 ha!